Warnung! Die Stunts in diesem Film wurden von Professionellen geführt. Also für eure Sicherheit und die Unterstützung von euch, probiere nicht die Stunts, die ihr zu sehen. Bitteschön! Nicht riechen! Einfach mal einen Schluck probieren, wie es schmeckt. Ich habe immer meine Brille aufgesetzt. Ne, da siehst du ja noch was auf dich zukommt. Achso, da siehst du nicht, was auf dich zukommt. Und, wie schmeckt es? Oh, das schmeckt gut! Ja, die ist wieder Rotwurstliebhaber, deswegen... Fressack! Ja, die habe ich auch rausgelöffelt schon! Ja, ein bisschen fliegt noch drin rum, aber... Ich kann ja nochmal für dich welche reinmachen. Wenn du so gerne Rotwurst trinkst. Achso, gut. Kannst du einen Rest trinken? Tschüss! Vielleicht lade ich es auch extra, ich weiß es nicht. Peace out Vorhaut, euer Ramses!